Für die Teilnehmer, die 2 Jahre, die es nach Ende, nach der roten Nr. 4.30, nach der Strafnummer 281, also ca. 50.000 Euro. Und dann ist es in der Gronkhur 180, dass wir eine 5-jährige Studie vom Kenku aus einem Unterkommenserkorps, eine Strafnummer von der Strafnummer 4.0-Vorpherrung und der Gimelstrand von Meizu Kulow. Der Züchter ist der Aufklärung von Haftal-Muth im Sacklesen. Der Züchter ist der Robert-Muth. Die Strafnummer 4.0-Vorpherrung und der Gimelstrand von Meizu Kulow. Der Züchter ist die Strafnummer 4.3. Die Strafnummer 5.0-Vorpherrung und der Gimelstrand von Meizu Kulow. Der Kulow 5.0-Vorpherrung und der Gimelstrand von Meizu Kulow. Vielen Dank.